Im dritten Platz haben wir zwei Bands, die vielleicht dabei sind, die eine sehr, sehr, sehr gute Chance haben, dabei zu sein. Das wird sich morgen entscheiden. Also, den dritten Platz teilen Sie sich. Geben wir alle bitte einen riesen Applaus an die Band. Planet Pluto! Ihr seid sehr gut dabei, vielleicht. Und diesen Druck, toll Platz, teilen Sie uns mit der Band Schmidt! Mit total einem Applaus ins Schritt, so was großartig ist. Wollen Sie sich da? Sie sind weggefallen. Letzte Wartung, doch, wir sind da. Okay, cool. So, ihr dürft es nicht sehen. Nummer zwei teilen sich ebenfalls zwei Bands. Zwei Bands teilen sich den zweiten Platz. Wir haben uns so gefetzt mit der Jury, wir haben uns so lange überlegt. Ihr seid aber auf jeden Fall dabei. Ihr seid auf jeden Fall dabei beim großen Finale. Einmal sind das die Band Bruno Schwarz, bitte einen riesen Applaus von Brock aus Hamburg. Und die Band mit ganz, ganz vielen Fans. Ein riesen Applaus an B.A.N. Ich habe jetzt vorhin erfahren, dass der Drummer 14 ist, stimmt das? Und die erste Welt, die den ersten Platz belegt hat. Tut mir leid für alle, die es nicht geworden sind. Ich könnte euch wieder bewerben. Ihr könnt wieder dabei sein. Kommt vorbei, unterstützt uns. Und jetzt bitte alle mal einen ganz, ganz, ganz großen Applaus an die Band, die gewonnen hat. Und diese Stille, bitte einen Applaus an die Band, die nach einer Frucht benannt ist. Kommt weiter, macht der Platz, seht ihr euch freuen. Ich wünsche euch eine gute Schöne und danke, dass ihr da wart. Ciao.